So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tiny and Big und wir setzen einfach fort. Ich wollte eigentlich sagen, wir spielen jetzt weiter, aber egal. Um zu schneiden, die gestrichelte Laserlinie über das Objekt ziehen. Ja, wissen wir schon. Alles im ersten Part gelernt. Ja, es lädt immer noch. Das spät dauert immer so lange zum Laden, ey. Drücke eine beliebige Taste. Ja, ja, Lukas. Geht's auch weiter? Ah ja, Leertaste. Was? Von... Keine Ahnung. Von all... Altitude in Upwards. Ja, ja. Ähm, war ja. Fast hättest es mich erwischt. Mal wieder. Na, ist uns oft passiert. Das war Big, oder? Denke ja. Hat dich ganz schön in den Hintern getreten, was? Wenn du den Berg wieder hochkommst, kriegst du bestimmt die Chance auf die Rache. Ja, das hoffen wir doch mal, ne? Ja. Okay, zerschneiden. Zu weit entfernt. Ja, am Arsch. Okay. Und... Okay, muss das sein. Sorry. Okay. Hm. Für jemanden, der nach einer Unterrüse sucht... Mei, zu schnell. Zu schnell. Könnt ihr auf Pause klicken. Und... Ich steh den Sound ein bisschen leiser. So. Nehmen wir die. Keine Ahnung. Einfach so. Okay. Dann schneiden wir das mal. Nehmen das. Und springen da hoch. So. Fertig. A boring stone. Ja, in jedem Level gibt es ein paar langweilige Steine. Keine Ahnung, wozu die gut sind, aber... Ähm. Jetzt sind wir weiter. Ach da. Ähm. Die gibt's einfach. Sie sind langweilig und es gibt die. So, dann zerschneiden wir das hier. Ähm. Zerschneiden wir das hier. Und ziehen das. Und klettern hoch. Ja. Und das meinte ich im ersten Part. Steine können uns zerquetschen. Sehr gut. Aber zum Glück gibt es Checkpoints. Ziehen wir das als erstes runter. So. Und dann nochmal dasselbe. Wir zerschneiden. Zu wenig. Wir zerschneiden das. Und dann dürften wir da hochkommen. Hoffe ich. Ja. Boring stone hier irgendwo. Oder eine Musik-CD. Ah, da oben. Okay. Ich hab das Mikro jetzt ein bisschen anders hingestellt. Ich hoffe, es... klingt besser. Aber ich hab keine Ahnung. Warum komm ich da jetzt nicht hoch? Mein Gott. Ich bin zu doof. So. Ups. Das wollte ich nicht. Aber okay. Herrliche Aussicht. Ja, ja. Wie man's nimmt. Ist ja nicht alles brüchig. Nein. Sieh dir nur diese vielen erhabenen Ruinen an. Und eingekreist... An. Eingekreist von endloser, schöner, sandiger Wüste. Richtig. Jo. Wie auch immer. Von oben ist die Aussicht bestimmt besser. Auf geht's. Wieder hinein und die Statue hoch. Achso. War... Ah ja. Okay. Ich sag nichts. Ähm. Mhm. Da ist nix. Gut. Dann gehen wir wieder rein. Ah, da... Ach, da... Da ist die Unterhose. Genau da. So. Da. Wurde mit nem Blitz getroffen und deswegen ist das wahrscheinlich ne magische Unterhose. Jetzt frag ich mich gerade... Ah ja. Okay. Frage erledigt. Ich glaub... Ja. Na komm schon. Dann nur noch ein Stück. Ziehen wir das auch noch runter. Und können da drauf springen. Und haben noch ein Boring Stone. Vier von 21. Ähm. Ich korrigiere mich. Fünf. Von 21. Ziehen wir das da hin. Können wir dann da rüber. Na ja, die... Ja. So. Einmal da weg. Okay. Ein Boring Stone. Ich glaub, als ich die hier weggeschossen habe, gab es ne Errungenschaft, aber... Ist ja egal. Wir sind nicht so Errungenschaft geil und machen, glaub ich, auch nicht die 100%. Als, glaub ich, dann einfach zu lange dauern würde. Ähm. Hä? Ah, okay. Kommen wir... Ich glaube nicht. Ne, dafür ist... Ähm. Ah, okay. Wir kommen doch darüber. Äh. Äh. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Ja, ähm. Daran haftet die Rakete nicht. Ist mir schon klar. Äh. Warum bin ich denn da... Ach so. Ja, okay. Konnte ich ja nicht wissen, ne? Tschüss, ihr doofen Steine. Ähm. Fug. Äh. 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 Ach, noch geschafft. So, dann noch die weg. Ähm. Dann noch die weg. Oh. Dann können wir weiterhüpfen. Hüpf. 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 Das war knapp. Aua. Das war ein Stein. Hehehe. Ah, hier bist du. Yep. Hier bin ich. Ich hab keine Ahnung, warum Big sich so anhört. Ja. Egal. Warum hast du mir den Stein auf den Kopf geworfen? Er ist halt weh. Nein. Tat's eigentlich nicht. Aua. Doch, tat's wohl. Weil ich's kann. Ja, ja. Creepy Gesicht. Komm, weiter geht's. Ab in die Ruine hier. Ja. Mach doch da nicht so eine Party, ey. Ja. Siehst du? Er stimmt mir zu. Ne? Du mit deinen, na, komischen Brille, die aus Müll gebastelt wurde. Okay. Ich glaube, ich muss das jetzt erschneiden. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich mach's einfach mal. Oh mein Gott. Das war knapp. Komm ich da... Komme ich da hoch? Ja. Geh ich einfach mal da hin. Und danach... Nochmal. Dann geh ich da hoch. Danach da. Ist das big? Ne. Ist einfach ein Typ mit der Unterhose. Und danach da. So. Dann hüpfen wir da rüber. Schießen den weg. Because of the loads. Oh, der ist weg. Ja. Und dann hüpfen da hin. Und da hin. Und dann da hin. Dann gehen wir da so durch. Dann hier. Ja. Sehr spannend. Ja, den Sprung dürfen wir eigentlich... Ich hab nix gesagt. Dann holen wir uns das nächste Mal den Stein. Tiny. Ich bitte dich. Was machst du nur. Was machst du nur? Sollst du... Nur da hinspringen. Alter. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich guck. Boah. Wir haben gerade 10 vor 9. Abends. Oh Gott. Oh Gott. Mann, 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 Mann. Ich kann ja auch hier gucken, ne? Ja, 11 Minuten nehme ich schon auf. Das ist ja noch okay. Dann noch 29 Minuten. Nicht 29, was laber ich. 19. Danke. Ich glaub, dafür waren auch... Waren auch die Steine, aber... Egal, schaffen wir auch so. Beziehungsweise haben wir ja auch so geschafft. Kann ich das einfach so? Nein. Nicht erst erst zerschneiden. Ähm. 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 Ich sag nix. Ich glaub, ich glaub, jetzt hat's gerade gespeichert. Da ist ein Boring Stone, aber... Ähm. Ja. Nicht da. 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 Nicht da. Da. Wo geht's da lang? Einfach nur die Teile, oder was? Ja. Okay. Ich hab keine Ahnung, warum es ab und zu mal ruckelt. Dann noch ein Boring Stone. 8 von 21. Die werden wir nie im Leben alle zusammen bekommen, ja. Also in diesem Level. Hui. Oh, ich dacht schon. Können wir auch noch... da lang. Gehen wir erst da lang. Ah, ich glaub, da geht's weiter. Dann gehen wir erst da lang. Ah, ich erinnere mich. Was man hier machen kann. Ihr seht diese Wand? Die kann man zerschneiden. Ähm. Natürlich so. Kleines Secret. Tada. Oho, der Platz, an dem schöne Musik gemacht wurde. Genau. Da eine Zeichnung... Sind das wir? Ich hoffe es mal nicht. Hier, noch ein bisschen Schleichwerbung. Ah ja. Laser Games. Ja, ist auch witzig. Ah, Bonus Stage gefunden. Beförderade Boxen ins Loch und du kriegst ein Hungry Hole Achievement. Ja, hab ich ja schon. Wenn du keinen Bock hast zu spielen... ...was? Spiele zu spielen... ...kannst du auch einfach durch den Ausgang raus. Äh, nö. Ich... Ich finde, das machen wir jetzt einfach. Obwohl ich diese Errungenschaft schon habe. Aber das ist mir egal. Flieg! Eins. Was für diese Technik, ne? Die ist so klasse. Zwei. Und... Nummer drei. Fliegt auch. So. Geld auf Losers. Geld auf Winners. Ja, genau. Als würden wir da rausgehen, wären wir nämlich ein Loser. Aber das sind wir ja nicht. Außer Max. Aber, ähm... Darüber will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir haben's kaputt gemacht. Ja. Aber egal. Ah, da gibt's noch ne... Dings. Ja, die ist auch ganz angenehm. Und wir verbringen jetzt ein bisschen hier mit kaputt machen. Einfach, weil's geht. So. Alles kaputt. Außer das. Doch, jetzt ist alles kaputt. Okay. Dann geht's nicht weiter. Dann gehen wir hier wieder weiter. Was ist das hier? Nix. Boah. Cool. Nix wollte ich schon immer haben. Ich hoffe mal, es gibt keinen Strike wegen...